Wir sind in Leuthenberg und zwar am Freibad Alexanderbad, wo am 4. September die Leuthenberger Poolparty stattfinden wird. Sieben DJs sind zu Gast und werden elf Stunden non-stop coole Beats für euch auflegen. Von 13 Uhr bis Mitternacht kann man auf der Freifläche im Alexanderbad Musik genießen oder auch einfach in den Pool springen und baden bis maximal 22 Uhr. DJ und Veranstalter Alex van Dijk gibt ein paar Infos zum Event am 4. September. Ja, herzlich willkommen hier in Leuthenberg aus dem Freibad, wo jetzt auch am 4. September das erste Mal seit langer Zeit wieder eine schöne große Veranstaltung stattfindet. Ja, was sagt man noch dazu? Ja, sehr viele DJs sind hier auch da, wie unter anderem Muschihaus, Funky Deluxe, der Tortentobi und Ostrieb. Alles hier, auch welche aus der Region, die uns hier auch ein bisschen unterstützen und ihre Performance darbieten an diesem Tag. Beginnt tut es alles, 13 Uhr non-stop bis 0 Uhr geht es durch, ohne Ende. Für Kinder ist der Eintritt bis 5 Jahre kostenlos. Essen und Getränke werden angeboten, für Sitzgelegenheiten muss selbst gesorgt werden. Vielen Dank. Vielen Dank.